Herzlich Willkommen zu diesem neuen Video. Heute wieder mal ein detailliertes Kosmetik-Inhaltsstoff-Video zum Thema Mineralpuder. Mineralpuder sind kein geschützter Begriff, das heißt jeder kann ein Mineralpuder auf den Markt bringen, aber da gibt es große Unterschiede. Ich habe ja auch ganz neu eine eigene Mineral-Kosmetik-Linie herausgebracht, Beauty Python. Und da möchte ich euch noch eine Frage beantworten. Viele haben das Gefühl, Beauty Python ist ein Künstlername, ist einfach so erfunden. Ich heisse Nadia Python und das ist wirklich mein richtiger Name und kein Künstlername, das ist ein Schweizer Name. Und ja, einfach, dass diese Frage auch mal geklärt ist, weil viele fragen, wie ich den sonst heisse, aber so heisse ich wirklich. So, wir werden jetzt an den Laptop gehen und ich werde euch mal Schritt für Schritt ein paar Beispiele zeigen und wirklich auch auf die Inhaltsstoffe eingehen. Wenn ihr am Schluss noch Fragen habt, schreibt es mir gerne in die Kommentare. Ich beantworte euch sehr, sehr gerne all eure Fragen und ja, dann starten wir mit dem Video. Herzlich willkommen zu diesem Video. Jetzt befinden wir uns auf meinem deutschen Beauty Python Shop, auf meinem Mineralpuder Shop. Von hier aus werden die Puder direkt aus einem deutschen Logistikzentrum verschickt, dass keine Zollgebühren anfallen. Und jetzt zeige ich euch mal, wie meine Mineralpuder aufgebaut sind, was sie einzigartig macht und wie ein Mineralpuder nicht aufgebaut sein sollte, betrefft den Inhaltsstoffen, dass ihr einfach mal versteht, was es für Unterschiede gibt. Ich gehe jetzt hier mal auf die Frühlingsblume, das ist meine Farbe und das ist für einen hellen Hauttyp mit rosa Unterton und hier sieht ihr wirklich auch die Beschreibung und hier haben wir die Inhaltsstoffe genau erklärt. Und dann haben wir auch hier, was ist hochwertige Mineralkosmetik, haben wir hier auch noch einen Inhaltsstoffüberblick gemacht, das könnt ihr euch in aller Ruhe mal durchlesen. Ich werde jetzt einfach mal grob erklären, was diese ganzen Inhaltsstoffe bedeuten. Also ganz wichtig, meine Mineralpuder besteht ausschliesslich aus Mineralien, also das haben wir mal Mika, mineralischer UV-Filter, die CI-Nummer bedeutet übrigens, das ist die Farbnummer, also so heisst die Farbe. Also das heisst nicht, dass jetzt alles mit CI irgendwas, was Schlechtes ist, das ist einfach sozusagen die Bezeichnung des Minerals, genau. Dann Mika, mineralischer UV-Filter, Boronitride, Mineral aus Diamanten oder Graphit, dann gelbes Eisenoxid, auch mineralisch, Titaniumdioxid, mineralisch, auch ein UV-Filter, Silikakieselsäure, mineralisch, dann haben wir rotes Eisenoxid, mineralisch, Zinkroxid, mineralisch und schwarzes Eisenoxid. Also ihr seht, das Mineralpuder ist wirklich ganz minimalistisch zusammengesetzt, das heisst es hat keine Konservierungsmittel drin, es hat keine Füllstoffe drin, wie zum Beispiel Silikone und Erdöle, das gibt es auch, das Mineralpuder Silikon oder Erdöl enthaltet. Dann, ich zeige euch jetzt gerade ein Beispiel, wie eben ein Mineralpuder nicht aussehen sollte. Dazu gehe ich hier auf meine Datei, ich habe jetzt hier einfach mal ein Puder aus dem Internet rausgesucht, ich möchte hier keine Marke schlechtreden, darum habe ich wirklich einfach die Inhaltsstoffe rausgesucht. Es geht hier wirklich einfach mal darum, dass ihr versteht, was es für Unterschiede gibt, wie zum Beispiel auch bei Naturkosmetik. Es ist einfach nicht klar für den Konsumenten, was er kauft und darum möchte ich hier dieses Video machen. Also, das ist eine Mineralpuder Foundation, steht auf der Seite, die ist mikroplastikfrei, silikonfrei, palmölfrei, paraffinfrei, sulfatfrei, alkoholfrei, ohne ölige Inhaltsstoffe, chromatikonfrei, vegan, glutenfrei, aktonfrei, laktosefrei, für sensible Haut geeignet, ohne Nussspuren, ammonikfrei, fatalfrei, cleanbeauty. Und dazu muss ich eben sagen, das klingt ja alles gut, aber wenn man sich jetzt die Inhaltsstoffe anschaut, dann ist es halt nicht das, was man sich hier, wenn man das hier oben liest, verspricht. Weil niemand geht hin, also wenige, und nimmt diese ganzen Inhaltsstoffe auseinander und schaut, was das wirklich ist. Cleanbeauty, ebenfalls kein geschützter Begriff, sage ich auch zu meiner Mineralpuder. Und ja, es ist wirklich ein Dschungel, und ich heisse ja Nadia Püttern, und mit Nadia Püttern durch den Kosmetikdschungel, das wäre ja mal ein Slogan, was meint ihr? Mika, das ist schon mal gut, habe ich ja auch drin, dann Zinkoxid, auch gut, dann haben wir Aqua, also das Wasser, und sobald ein Produkt Wasser enthält in der Kosmetik, muss es irgendwie konserviert werden. Das ist so gesetzlich vorgeschrieben, es muss ein Konservierungsmittel eingesetzt werden, dass es haltbar ist. Und hier wird Phenoxyethanol verwendet, was sich niemals einsetzen würde, da es halt eine lokal betäubende Wirkung vorweist und wird übrigens auch als Fisch, klingt wahnsinnig, aber wird auch als Fisch-Narkotikum eingesetzt. Ja, dann Methylparaben, Parabene sind sowieso schon länger in Verruf geraten, stehen in Verdacht krebserregend zu sein, dann haben wir auch Propylparaben, noch ein Paraben, dann haben wir Talg, Talg ist auch ein Stein, also ein Mineral, aber es wird gesagt, dass Talg die Poren verstopft und es ist relativ ein kostengünstiges Mineral und darum habe ich das auch nicht in meinen Mineralien drin. Dann haben wir hier, was haben wir noch, Potassium-Sorbate, halt auch ein Konservierungsmittel, ist aber nicht jetzt so schlimm. Ja, also einfach, dass ihr euch mal einen groben Überblick machen könnt, wie ein Mineralpuder nicht unbedingt aufgebaut sein sollte. Ein wirklich reines Mineralpuder, ein Mineralpuder in meinen Augen, ein echtes Mineralpuder, sollte halt wirklich ausschliesslich aus Mineralien bestehen. Ja, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Schreibt mir doch sehr, sehr gerne eure Fragen in die Kommentare, was wünscht ihr euch. Mir ist es einfach ganz wichtig, transparent zu kommunizieren, euch zu erklären, was ist denn der Unterschied. Und ja, dann wünsche ich euch einen ganz, ganz schönen Tag, eure Nadja Python. Tschüss.